Du bekommst keine Leads über deine Webseite und fragst dich, was muss ich tun, um über meine Makler-Webseite mehr Leads zu generieren. Und damit sind wir schon auch direkt beim ganz entscheidenden Thema, denn Homepage für Immobilienmakler ist eben für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe für dich sechs Tipps, wie du deine Webseite als Immobilienmakler pimpen kannst. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, denn das Allerwichtigste, das, was viele wirklich immer wieder vergessen, ist der Zielkunde, also der Besucher. Der Besucher, der erstmal auf deine Webseite kommt. Und das Allerwichtigste auf einer Webseite ist die sogenannte Customer Journey, also die Reise, die ein Besucher macht, um auf deiner Webseite sich a. zurechtzufinden und b. Das ist auch der Zweck einer Webseite, nämlich vom Besucher zum Interessenten zu werden. Und jetzt stell dir doch mal die Frage oder ich stelle dir die Frage, was bitte suche ich denn, wenn ich als Kaufinteressent oder als Verkäufer einer Immobilie auf deine Webseite komme? Du wirst es vielleicht ahnen, ich schaue nach Immobilien. Wer soll es glauben? Denn eins suchen die Leute mit Sicherheit nicht. Waschmaschinen, Autos oder sonst irgendetwas, wenn sie zum Immobilienmakler kommen. Und genau da liegt schon der Hase im Pfeffer. Das Allerwichtigste, Tipp Nummer 1, was auf deiner Webseite drauf gehört, sind Immobilien. Und in 80% aller Fälle und meistens sogar über 80% haben Immobilienmakler kaum Objekte auf ihrer Webseite. Und wie bitte willst du jemals ein erfolgreicher Immobilienmakler werden, wenn du zwei oder drei Objektangebote auf deiner Seite hast? Das heißt, dein Hauptfokus muss sein, so viele Immobilien wie möglich auf deine Webseite zu bekommen und diese wie vom anderen Stern tiptop in der höchsten Qualität dort einzustellen. Bilder, Texte, also Beschreibungen mit allem, was dazugehört vom anderen Stern. Das ist der wichtigste Tipp, den ich dir geben kann. Und ich garantiere dir eine Sache, wenn du auf deiner Seite viele Objekte drauf hast, und damit meine ich nicht viele Referenzobjekte, die gehören natürlich auch auf deine Seite, sondern eben wirklich aktuelle Angebote, dann wird eins passieren, nämlich Verkäufer sehen, dass du wirklich im Business bist, dass du im Big Business, im Big Makler Business wirklich in dem Spiel voll drin bist und es beherrscht. Denn wenn jetzt jemand auf deine Seite kommt und der hat eine schöne Immobilie und er findet bei dir aber zum Beispiel eher, sagen wir mal, so underrated Immobilien, dann fällt es ihm natürlich sehr, sehr schwer, weil er informiert sich über dich. Er schaut, was machst du auf deiner Webseite. Also brauchst du natürlich auch Objekte in der Kategorie dessen, was der Verkäufer jetzt gerade zu verkaufen hat. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn ein Käufer auf deiner Webseite draufkommt und du hast keine Objekte oder vielleicht nur eins, dann bist du natürlich nicht wirklich attraktiv. Und deine Attraktivität, die steigerst du mit Immobilien. Also, als erstes brauchen wir Immobilien, ja, ganz wichtiges Thema. So, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ohne Immobilien läuft nichts. Der nächste Punkt ist, du musst deine Zielgruppe auch entsprechend richtig ansprechen. Und hier sind wir schon bei so einer kleinen Quadratur des Kreises bei Webseiten von deutschen Immobilienmaklern. Denn in Amerika zum Beispiel ist es so, dass das Thema Beschaffung von Immobilien kein großes Problem ist. Aufgrund von MLS, Multilisting System, sind immer Objekte genügend da. Der Makler konzentriert sich also eher auf Käufer, also eher auf das, was auch wirklich tatsächlich Menschen interessiert, nämlich Objekte. Hier hast du aber jetzt als Makler in Deutschland zwei Dinge zu tun. Erstens, du musst einmal die Käufer richtig ansprechen und abholen. Das schaffst du nur mit Immobilien. Oder mit anderweitigen Angeboten, wie zum Beispiel VIP-Suche für, ich helfe dir bei der Suche der Traumimmobilie. Oder auf der anderen Seite für den Verkäufer zu sagen, hey, sie wollen verkaufen. Das heißt, du brauchst hier auf der nächsten Seite klare Angebote. Und das klare Angebot für einen Verkäufer ist in dem Fall die Expertenbewertung. Und ich sage dir, Expertenbewertung ist besser als Online-Bewertung, weil Online-Bewertungen macht jeder mittlerweile. Und hör vor allen Dingen auf auf der Webseite. Und wer dir erzählt, dass das gut wäre, der hat keine Ahnung von Marketing. Der dir sagt, ey, liefere dem Kaufinteressenten bzw. dem Verkäufer direkt eine Bewertung aus. Welcher wirklich Unwissende erzählt so einen Quatsch? Ich will den Kontakt zu der Person haben und den Kontakt nicht schon vorher befriedigen. Mal ein bisschen nachdenken, gesunder Menschenverstand. Ich will den Lead und nicht den Lead befriedigen mit Daten. Dann kommt er nicht mehr wieder. Was soll das? Das ist nicht bis zu Ende gedacht. Und es gibt dort keine Alternative. Wirklich null und nada Alternative. Deshalb Expertenbewertung ist hier an der Stelle wichtig. Du bist der Experte. Und eine Immobilienbewertung lässt sich nicht zuverlässig, ordentlich und professionell ohne Blick auf die Immobilie durchführen. Punkt aus Ende. Und schon gar nicht in der jetzigen Marktphase 2023, in der wir uns jetzt bewegen. Also klare Angebote in Verbindung mit einem klaren Call to Action. Also eins, zwei. Dritter Tipp. Klare Call to Action. Klare Call to Action bedeutet nichts anderes, als dass du eine klare Aufforderung zum Handeln machst. Klare Aufforderung zum Handeln. Okay. Das ist sehr, sehr wichtig. Keine klare Aufforderung zum Handeln. Zum Handeln nämlich jetzt Bewertung anfordern zum Beispiel. Das ist eine klare Aufforderung. Jetzt kostenfreie Expertenbewertung für Immobilienverkäufer anfordern. Oder jetzt in die VIP-Suche eintragen und ihre Traumimmobilie finden zum Beispiel. Das sind klare Aufforderungen zum Handeln. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Und zwar nächster Tipp, Nummer vier, ist, was super cool ist. Und zwar Checklisten. Checklisten zum Beispiel. Was muss ich beim Kauf einer Immobilie beachten? Ein super wichtiges, super cooles Tool. Hört auf mit irgendwelchen 100 Seiten Reports oder umfangreichen Dingen. Im ersten Schritt liest das eh keiner. Eine kleine kurze Checkliste hilft viel mehr. Also ganz einfache, simple Checklisten, die eine Umzug-Checkliste zum Beispiel oder was muss ich beim Immobilienverkauf beachten. Also einfach 10 Punkte, 15 Punkte. Ja, ganz easy. Das hat einer schnell gelesen. Ja, schnell gelesen und gibt gerne seine E-Mail-Adresse. Damit sind wir beim nächsten wichtigen Punkt ist. Ja, du darfst am Anfang nicht zu viele Daten, nicht zu viele Daten fordern. Also wir wissen im Marketing heute ganz genau, dass gerade bei Checklisten oder anderen Sachen zum Beispiel die E-Mail-Adresse vollkommen im ersten Schritt ausreicht. Weil es ja gerade erst so eine Art Warm-Upper ist. Dafür musst du eine Sache verstehen. Kalt, warm, heiß ist ein Lied. Ein kaltes Lied wird dir nicht Name, Alter, Geburtsdatum, Telefonnummer, Adresse liefern. Das machen die Leute nicht. Machst du doch auch nicht, wenn du auf eine Webseite drauf gehst. Ja, ein warmes Lied, also warmer Lied, der macht das schon eher. Und ein heißer, ja, der ruft dich an und sagt, kommen Sie vorbei, ich will meine Immobilie verkaufen. Ja, also so mal ein bisschen einfach nachdenken, wie Marketing wirklich funktioniert. Weil sonst bringt das alles nichts. Nächster wichtiger Punkt hier, der dazu in diese gleiche Rubrik noch reinkommt, sind eben zum Beispiel kleine, ich sag mal, Broschüren. Ja, Broschüren zum Beispiel den richtigen Angebotswert oder Kaufpreis beim Verkauf ermitteln zum Beispiel. Oder die zehn wichtigsten Dinge, die man als Käufer beachten muss. Also, aber Vierseiter reicht komplett aus. Mal abgesehen, kleiner Spoiler, bei uns im Coaching gibt es solche Dinge alle im Paket mit enthalten. Da muss man selber sich keine Gedanken machen. Und das sind halt wirklich Marketing-optimierte Unterlagen, die eben sahnemäßig funktionieren. Ja, so, jetzt gehen wir mal zum nächsten Thema. Wir sind ja schon, glaube ich, über die sechs Tipps hinaus. Ich liefere noch eine extra Beile. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, nämlich, das ist der ganz große Punkt, Testimonials. Testimonials werden von den meisten eben nur auf der Basis von Google oder von Proven Expert oder sonst irgendwas geliefert. Ist schön, aber nicht cool. Cool ist, wenn deine Käufer und Verkäufer sich vor die Kamera stellen und exzellent sagen, dass du der beste Makler auf diesem Planeten bist. Und das authentisch, in echt und in Farbe, mit Namen und mit Gesicht tun. Weil das ist real. Und du brauchst eben Sachen, die real sind. Ja, und sonst funktioniert das nicht. Ja, das ist wichtig. Coole Testimonial in Form von Videos. Und wenn du mal auf die Webseiten der Makler drauf guckst, dann wirst du feststellen, dass die meisten Makler, und zwar 98,5 Prozent, wenn nicht sogar 99 Prozent, kein einziges cooles Video von einem Kunden haben. Warum nicht? Weil sie alle keine Eier haben, um das am Ende des Tages beim Kunden durchzusetzen. Ja, zu faul sind, sich nicht zeigen wollen und einfach keinen Bock und keine Lust haben. Und das muss ich mal so knallhart hier sagen, das ist der Weg, das ist die Extrameile, wo du als Makler dich von anderen unterscheiden kannst. Und nicht anders. Also, wenn du es richtig cool machen willst, dann mach es genau so und nicht anders. Und da gibt es natürlich noch jede Menge mehr Tipps, die zu beachten sind, ob das Templates sind, ob das PageSpeed ist und so weiter. Das würde jetzt zu weit führen. Und wenn dich mehr interessiert, wenn du als Immobilienmakler auf das nächste Level kommen willst, dann kann ich dich hiermit nur einladen. Unten in der Infobox kostenfreies Beratungsgespräch buchen. Wir checken kurz ab, wo stehst du, wo willst du hin. Ich kann dir nur eine Sache sagen. Bei uns kriegst du genau das, was du brauchst, nämlich das, was funktioniert. Und wenn du aufhören willst und keinen Bock mehr hast, irgendwie im trüben Teich zu fischen, sondern wirklich die Dinge zu tun, die dich erfolgreich machen, dann musst du was verändern. Und das kannst du damit tun, indem du cooles Wissen bekommst. Das bekommst du bei uns. Infobox, Termin buchen, sprechen und erfolgreich werden oder erfolgreich Herr werden. Folge mir auf den sozialen Medien, verpasst kein Video mehr, abonnier diesen Kanal hier, schreib mir gerne einen Kommentar rein. Ich wünsche dir alles Gute, bis dahin, ciao.